Johannes Oerding rührt »Sing meinen Song« Kollegen zu Tränen Bei »Sing meinen Song« kann es schon mal emotional werden. In der neuesten Folge singt Johannes Oerding, 42 »Wenn wir uns wiedersehen« von Peter Maffay, 74, und sorgt für emotionale Szenen. Das Lied widmete der Tabaluga, Erfinder einst seinem verstorbenen Vater. Während der Performance fängt Joy Dinoane, 50, an zu weinen. Auch Samir Mara, 44, muss sich Tränen aus den Augen wischen. Sein Kollege Echo Fresh, 40, legt daraufhin tröstend einen Arm um den Broaler-Sänger. Auch Peter schaut sehr emotional auf die Darbietung des persönlichen Liedes. Für den großen Liedermacher war es keine leichte Sache, wenn wir uns wiedersehen, aus der Hand zu geben. Bevor der »An guten Tagen« Interpret den Song coveln dürfte, führten die beiden lange Gespräche. Peter und ich haben den ein oder anderen Spaziergang gemacht, verrät Johannes in der Show. Allerdings hätten sie durch ihre ähnlichen Erfahrungen schnell einen Zugang zueinander gefunden. Anfang dieses Jahres war Udo Oerding, der Vater des Popstars, im Alter von 77 Jahren verstorben. Am Ende sei Peter die Entscheidung leicht gefallen, ich vertraue mich gerne jemandem an, der mich versteht. Eine ähnliche Szene ereignete sich vor kurzem schon einmal bei »Sing meinen Song«. Emilio Sacraia, 27, sang in einer vergangenen Folge »Nur mal kurz die Welt retten« von Tim Bensko, 39. Dabei dichtete er den Text so um, dass er von einem Kind handelte, das auf seinen schwerbeschäftigten Vater wartet. Der blonde Songreiter konnte daraufhin nicht an sich halten und weinte bitterlich. »Für mich war es so, als würde mein Sohn für mich dieses Lied singen«, erklärte er danach. »Hierer«, ein bisschen. »Hierer«, ein bisschen. »Hierer«, ein bisschen. Vielen Dank.